Ich stärke Kinder, Jugendliche und Erwachsenen. In ihrem Selbstwert, in ihrem Selbstbewusstsein setze Grenzen, traue dich Nein zu sagen und erlerne Verteidigungstechniken und Tricks, damit du im Notfall wirklich gut gerüstet bist. Ich freue mich auf dich. Tschüss! Hallo, ich bin Nuelle Barbosa. Ich hoffe, wir sehen uns am Sportfroger. Bis bald! Hi, ich bin Rebecca vom Karate True Coach und ich freue mich schon vor, zum Beispiel der Moodle Sommersportwandel, wo mich der Style zum Sammeln. Ewa Music Radio Musik 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 Musik